Also Mädels, holen wir jetzt, oder? Ja. Okay. Da waren wir noch gar nicht heute, Kappa. Ist das eigentlich eine neue? Ja, die Map kenne ich gar nicht, ne? Ne, ich finde die ganz cool, aber die Spots, mein Problem ist so, die Spots, es gibt zu viele große Spots, irgendwie. Ja, okay. Ihr Gegner sind dabei. Wir gehen alle in die Mitte, deswegen würde ich sagen, wir gehen alle in die Mitte. Oh, hier ist ein blaues Schild und ein lilanes, aber ich gebe euch das blaue. Arschloch. Also ich kam richtig gut klar mit der Devotion, gerade. Ich mag die auch eigentlich, aber vielleicht lag es auch am Turbo-Charger. Gegner, Gegner, Gegner. Wo noch? Gleich da. Ja, da sind direkt Knents. Da hinten. Auf jeden Fall ein Shieldbreak. Linger, komm mal runter, äh, rüber. Andere Seite, komm. Lass mal hier rein. Lass mal hier drüben, hier sieht es aus, als war hier noch keiner, ja. Ich habe hier schon wieder Gegner. Habt ihr den? Ne. Ist auf jeden Fall Shieldbreak. Ja. Ist jemand, wo der hingerannt ist? Hier, hier, hier. Sind er da draußen? Da. Draußen. Wollen wir den da pushen? Der steht hinter diesem Ding hier. Ich wollte halt aus der Tür rauspingen, aber habe ich nicht hingekriegt. Das ist ne Wraith, die richtig am rein sweaten ist. Hinter uns sind Schüsse. Von da. Glaube ich. Hä? Ich muss da nachladen. Das ist übelster Pain. Der Shieldbreak hat nochmal 60. Shieldbreak hat 90 Leben. Ja, das ist gut. Ich habe die Toti eine. Aber ich habe keine Munition mehr für die dritte Person. Warte, irgendeiner von denen. Hä? Hä? What the fuck? Hä? Was war mit denen los? Schick halt. Schick halt. Ich habe einen Kill. Clean! Heal dich. Ich glaube die fighten selbst. Ist irgendwo ein Mad-Kid? Ist irgendwo ein Mad-Kid? Scheiß. Oh Gott, ich habe vier Stück im Inventar. Das war richtig. Danke. Die Mastiff und die Devotion. Ich habe keine Energie. Also ich würde raten, wir gehen nach Süden, aber wir könnten auch Norden fighten. Einer ist nämlich auf dem Dach. Okay, nichts getroffen. Ich gehe. Okay. Okay, will jemand von euch? Ach ne, der war mein. Hier unterblutet, wir müssen aber auch Zonen, ne? Stimmt. Die kommt schon. Warte, aber können wir mit der Zip-Line? Das war mit der Zip-Line nach rechts. Jo, springen wir tatsächlich was. Und dann gehen wir zum Terraformer. Terraformer? Okay. Und zippen mit der Terraformer-Zip-Line weiter. Also wir springen hier ab. Weil wir beim Mind-Ping sind, abspringen. Hat sich erledigt. Hör ich davon auch was? Ah ja, actually. Warte, wir könnten auch hier noch ein bisschen looten. Hier ist noch eine R-301. Jetzt kommst du auf DGD, oder? Ja. Falls ihr Energy findet. Ich brauche mäß viel. Das sind Gegner. Wo? 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 Roll da. Halt echt. Innen mir. Ja. Haben ihn eingeschlossen. Yay. Hä? Wo ist der Bray? Hä? Halt echt. Da unten? Ich sollte vielleicht nicht dahin, wenn er mehr will sind. Doch, doch. Oh, ja, ich wollte gerade rein zippen. Habe ihn gedauert. Holy shit. Und wie habe ich da keinen getroffen? Digga, was will dieser Typ mit seinem Laser-Scope eigentlich von mir? Also, man sieht den Laser. Der hat eine Nate in mich geworfen. Da leben noch zwei, aber die bekommen wir safe. Ich habe das Problem jetzt, ich habe keine Munition mehr. Äh. Ja. Sobald der Sheet-Break. Aber tatsächlich sind... Der verweist aber nicht. Der ist hier. Der heilt. Der schießt sich. Da direkt. Hast du geheilt? Der hat sein Mate angeschossen, der Idiot. Schön gemacht. Schön gemacht. Und da ist der andere halt, ja. Oh, danke Leon. Holy shit. Wo bist du da? Ähm. Hat wer ein Heat-Shield? Ich habe ein Heat-Shield. Ich habe ein Heat-Shield. Alles gut. Gleich. Ähm. Die haben ja nichts, die Lappen. Ey. Ich habe... Ich will echt nicht in den Gegner jetzt gleich reinlaufen. Das ist ja übelst unsatisfied. Ich nehme... Ich bleche ein Dammit hier. Ich habe dir gerade. 650. Wie viele Kills hast du? Vier. Null. Und wie viel hast du, Paul? Aua. Null. Schaden meine ich. 500. Finde ich gerecht aufgeteilt die Kills. Ich bin übrigens Killy da mit vier. Also... Ich habe bei dir gar keine... Auch keine kleinen Schildzellen. Also falls jemand eine große hat oder so, die würde ich danken. Ja, ja. Ich habe eine große. Also... Actually, Mastiff. Gar nicht. War mir so scheiße wie ich dachte. Ich bin schon... Auch relativ gerne. Ich habe gut mit der Grad gedrückt. Der eine hat sein Mate, glaube ich, angeschossen. Also ich weiß nicht, was bei dem los war. Ja, ne. Ich habe es in den Fall genockt. Er hat zum Mate angeschlossen. Also egal was ich mit der Mastiff. Ich mache meine konstanten elf Schaden. Ich habe tatsächlich mal 30 oder mehr gemacht. Ich habe... Ich weiß nicht genau. Ähm. Ich würde jetzt direkt in die Wunde gehen. Oder Richtungswunde gehen. Also gehen wir nicht. Richtung zu uns. Ah ja, da war mein. Wir können die SIP nehmen. Ein bisschen. Ja. Zumindest bis hier oder so. Keine Ahnung. Wir waren die einen, der ist ja plötzlich in uns. Ich glaube, das ist das Problem mit dieser SIP Line. Ist einfach plötzlich in den Gegnern drin. Okay. Also wenn wir die SIP jetzt nehmen, kommen wir direkt in den Gegner rein. Deswegen würde ich die nicht nehmen, oder? Ich würde vielleicht maximal bis dahin gehen. Okay. Wir können auch... Ich muss abnehmen. Warte mal. Ich gehe hier nur auf den Berg und gucke ein bisschen. Hallo da. Oh Gott. Ey, die sind da direkt. Okay. Nevermind. Nevermind. Ich komme weg. Oder bist du... Hast du da jetzt rein? Willst du da rein? Ne, ich schmeiß nur Zeugs rein. Ich guck nur. Wie hat der mich nicht ge... Die fighten. Oder? Ja, aber... Da unten glaube ich. Jump it und rein. Ja. Okay. Die fighten ja. Oh, ganz oben. Oh, ganz oben. Oh, ganz oben. Das ist dicht. Vor uns auch. Ich halte noch ein zweites Team. Okay, wait. Das war ein bisschen Pain hier alles. Einer noch? Wir haben fast einen... Oh, Digga. Der hat mir mies Damage gemacht. Nein. Der von ganz oben ist runter gekommen. Okay. Ich kann dich leider nicht decken hier auf der anderen Seite, weil da keine Tür ist. Die sind beide hier. Die sind beide bei mir. Keine Frage. Du wirst aufpassen, ich kann auch noch einen anderen Squad, ne? Wollte nur, dass ihr wisst. Oh, wie geil. Let's go. Leute, ich stand da vor der Tür. In mir. Der letzte. Hilfe. Bitte. Gott. Steh mir bei. Killt den bitte. Die andere Beise down. Ja, Leon. Von hinten. Ich bin so schlecht. Sorry, ich bin so schlecht. Ja, let's go, Jungs. Okay, Beeilung. Die Zone kommt. Heatshield. Paul Heatshield. Paul Heatshield. Zu heiß. Zu heiß. Oh, no. Oh, was? Guck dein Leben an. Oh, goldener Rewive. Clean. Ich habe keinen Jump-Head. Erst in 14 Sekunden. Ich habe keinen Heatshield. Also, ich kann nicht alleine rennen. Aber wir gehen zu den unten. Uns sind auch welche. Da bin ich noch alleine. Hier. Heatshield. Ich habe die Heatshielder da unten. Die habe ich. Okay, nice. Wie machen wir das am besten? Warte, wir gehen zu meinem Jump-Head da. Ich habe noch zwei Heatshields. Okay. Oh, Digga. Das ist... Warte mal. Oh, ne. Ich kann ein neues Place. Okay. Oh, shit. Aua. Aber du gehst zu Sipp. Bist du zu Sipp? Oh, wait. Das ist aber die Sipp ist kacke. Ja. Ich werfe eins über dich. Irgendwo. Digga. Jetzt habe ich dir perfekt vor die Füße geworfen. Da war irgendwie... Ja, aber ich habe... Ich bin da echt dumm reingelaufen. Aua. Oh, ich sehe es schon da vorne. Soll ich noch mal eins auf den Weg werfen oder schaffen wir? Schaffen wir, oder? Paul schaffst du es auch? Ich bin mir nicht so... Ne, mach nicht. Mach nicht. Na, perfekt. Digga, was passiert in diesem Game? Ich habe gerade... Die standen vor deiner Tür. Ich habe es erst nicht gerafft. Und ich habe gefühlt ein ganzes Devotion-Magazin auf beide gehauen. Und der eine ist dann in Leons Ult gelaufen und ist dann gedaunt. Okay, 22. Dann habe ich auch ein rotes Schild. Nice. Andale, andale. Das Game würde in meinem PC niemals laufen, schreibt Chriso. Ey, Chriso, Leon spielt es auf dem Laptop. Ohne Grafikkarte. Und irgendwas anderes noch. Da drüben. Da bin ich heiß. Bezieh-Notification, Mann. Okay. Digga, das ist meine zweite Warte für eine Mastiff. Das weiß ich auch gar nicht, was ich davon halten soll. Ey, die sind im Haus drin. Oh, leil. Hier wird angeschossen. Aus dem Haus. Oh, das ist ein Gas-Barrel. Äh, wenn wir reingehen. Also nicht die Tür aufmachen. Da kommen welche mit der SIP von links. Oder da sind welche mit der SIP gelandet. Ey, ne. Das ist ganz kacke. Hier sind wieder so viele. Unter uns. Wo? Oh, sorry. Da unten direkt. Ein Fest. Ich glaube, die kommen gleich anderer Seite raus. Ja. Ja. Tür ist offen. Aber ich glaube, die haben nur einen Barrel hingelegt. Ich dachte, ich sehe den anderen. Das ist noch... Hier haben die gerade ein neues Barrel, glaube ich, geplaced. Ja, das ist mir egal. Warte, jetzt kann ich doch von oben abschießen, oder? Jetzt soll ich da mal einmischen und dann können wir uns einmischen. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Hilfe. Warum wollen die denn fighten? Die wirklichen Weixir. Ich auch nicht. Ja, da hinten. Another Squad attacking. Ja, die von da unten. Oder? Ey, ich würde die halten. Ich würde die halten. Ey, wollen wir außen rumlaufen und zur Zone von unten gehen? Ne. Jo, können wir auch machen. Da lang? Ja. Weil wir müssen alle anderen durch ansonsten. Wir haben noch 30 Sekunden, dann können wir easy einfach durchziehen. Dann lassen wir die lieber fighten, weil... Ich werde abgeschossen. Gibt die Weckung. Run, boy, run. Ja. Ihr protectet euch gegenseitig. Und ich renne wie ein B**** weg. Ja. Das ist das, was ich am besten kann. Rennen. Hier ist ein Job. Will wir craften? Ich hab einfach gar nichts. Ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts. Ich hab keine einzige Kiste geöffnet. Da schießt doch schon wieder jemand. Ah, da oben. Sind die Zone? Die sind auch nicht in der Zone. Ne, ich bin nicht in der Zone. Da vier, oder? Ja, du bist halt ein bisschen weiter nach vorne. Nicht, Paul, oder fighten die da oben? Beides. Oh Gott, geht's hier weiter runter. Da drüben? Ich würde actually da, wo Paul gepinkt hat, oder? Ja. Zwei Skots nur noch. Also Gegner. Zwei Gegner Skots. Mhm. Und die sind beide auf der anderen Seite von uns. Ja. Müssten beide vor uns sein, da. Da drüben. Mhm. Noch ist aber keiner genockt, oder? Also bald, sobald da noch zwei Squats sind, place ich Jumpert und wir gehen. Oder? Ich hab einen genockt. Schön. Holy shit. Äh, zwei Shield Break. Einer pimmelt da hinten, seht ihr das? Der ist Shield Break. Oh, ich hab auch einen Shield Break. Zwei Squats. Einer ist knock-knockt. Ab dafür. Ich hab hier links das Jumpert. Ist ein bisschen, äh... Okay. Rechts unten. Oh, wait, das ist Fake. Rechts unten. Zwei, beide rechts unten. Einer ist in mir, einer ist in mir hier. Einer ist Shield Break, einer ist Shield Break. Rechts unten. Einer ist unter Paul's Truck. Ein knockt. Oh, ich sagte das mit ihr. Ich heine... Ich heine mich auch kurz. Erst bei Power. Da hab ich Shield Break. Zwei knockt. Zweite knockt. Wo ist denn der letzte? In mir, in mir. In mir. Rechts. Wo? Och, der war bei mir hier oben. Ah, ok. Ich hab mit kurz nen Kit. bei mir gar nichts getroffen ich habe sie fast sie ist in der rating gegangen Paul, da neben dir so die ist hier unten, ja let's go holy shit hey, wie gut waren wir das war so einfach nein, hä legit ich habe mich wirklich angestrengt alter, ich darf sogar emoten ohne ins Menü zu gehen ich war auch dabei jetzt bin ich wieder gut gelauncht Junge ja, 1 kills aufteilen und so fair ist mir scheißegal wir haben 13 kills geholt eben, wir haben alle gut was geleistet ich habe mich in Devotion verliebt es ist krass ich habe mich einfach verliebt es passiert schon in einer Minute unter